Guten Morgen von der Fernbornhardt. Halb zehn, ziemlich spät und ich gehe jetzt mit Jake und Josefie zurück zum Parkplatz von Wanaka und dann nehmen die mich mit nach Wanaka in die Stadt rein und dann startet der Rest Day. Und das startet direkt mal wieder mit einem ziemlich krassen Aufstieg. Super, hatten ja nicht schon genug, wenn wir den letzten zwei Tage lassen. Da unten ist die Hütte und jetzt weiter. Es sind aber nur sechs Kilometer bis zum Parkplatz, also sollte schnell gehen. Ich würde kein langes Video heute machen, weil wir sechs Kilometer wandern, aber kurz auf die Schulter. Da gehen wir jetzt durch das Tal. Hier geht es mal wieder durch den Wald. Auch ziemlich schön. Hier geht es mal. 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 detected. Hier geht es mal.